Guten Tag, mein Name ist Horst Angelbeck. Wenn ich die vielen Menschen auf den Bildern täglich sehe, die von Krieg und Terror, von Gewalt und gegen Gewalt betroffen sind, wenn ich mit ihnen mitleide, stellt sich mir die Frage, was ist gegen diese Gewalt zu tun? Was kann ich tun? Da ist es zunächst notwendig, genau hinzusehen und zu erkennen, dass jegliche Gewalt gegen Menschen schon im Alltag damit beginnt, dass wir die Autonomie und Selbstbestimmung des anderen Menschen missachten, wenn sie den eigenen Interessen im Wege steht. Diese Autonomie und Selbstbestimmung des Menschen aber ist die Würde des Menschen und sie zu achten und zu schützen. Dazu sind wir als Menschen alle aufgerufen. Das Bild in der Familie, wie in jeder Gemeinschaft, im Unternehmen, im Verein, in der Partei. Ob in Berlin, Paris, Washington, Moskau, Stockholm oder Warschau. Und jeder Verstoß stellt überall in der Welt einen Eingriff in das Allerheiligste des Menschseins dar. Um dieses Allerheiligste im Menschen aber geht es. Ihm müssen wir den nötigen äußeren Schutz geben. Und damit eine solche Entwicklung zur Autonomie und Selbstbestimmung eines jeden möglich wird, dafür benötigen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mit dem BGE haben wir den Schlüssel zu einer historischen Wende in der Hand. 2 4 Untertitelung des ZDF, 2020